Eine Krankheit ist in uns. Sie brodelt in uns wie Gallensaft, der den bitteren Geschmack in unserem Mund hinterlässt. Sie ist in jedem von Ihnen, die um diesen Tisch sitzen. Nur wenn wir wissen, was uns krank macht, können wir auf Heilung hoffen. Wie bewerten Sie das? Er hat eindeutig den Verstand verloren. Das sehen wir ganz genauso. Wir möchten, dass Sie in die Schweiz fahren und Mr. Pembroke wieder zurückholen. Was wir hier anbieten, ist ein Prozess der Reinigung. Abseits der Zwänge der modernen Welt. Sie planen, Mr. Pembroke mit nach New York zu nehmen? Ist das ein Problem? Er ist ein Patient, kein Gefangener. Sind Sie für die Kur hier? Nein. Eigentlich wollte ich schon wieder weg sein. Keiner geht je von hier weg. Willkommen zurück, Mr. Lockhart. Gehirnerschütterung? Erschöpftes Immunsystem. Ich würde Ihnen gern eine Therapie empfehlen. Sehen Sie es als Reinigung des Geistes sowie des Körpers. Einige Patienten berichten von Visionen, aber seien Sie versichert, das sind nur die Toxine, die Ihren Körper verlassen. Über diesem Adel liegt eine schreckliche Finsternis. Das war vor 200 Jahren. Das hier passiert jetzt. Du meintest, keiner geht weder von hier weg. Was passiert mit Ihnen? Ich habe die Leichen gesehen. Hören Sie sich mal zu. Sie sind kein gesunder Mann. Sie wollen mir einreden. Ich wäre verrückt. Was passiert mit mir? Das gehört alles zum Heilungsprozess. Es gibt keine Heilung! Akzeptieren Sie die Diagnose und Sie werden sehen. Es ist wunderbar hier.